Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe mir in der Vergangenheit immer mal wieder Fragen montiert, die ihr mir gestellt habt, um die mal auch in Videoform länger beantworten zu können. Und das machen wir heute wieder. Und die Frage, die ich heute in diesem Video beantworte, ist Wie schaffst du es, alles unter einen Hut zu bekommen und gelassen zu bleiben? Ich glaube, das ist das größte Mysterium dieser Welt, wie Mütter um Himmels Willen all das schaffen sollen, was sie zu schaffen haben und dann dabei auch noch gelassen bleiben. Ich kann euch aber so ein paar Tipps mit an die Hand geben. Aber bitte, das möchte ich nochmal wiederholen. Wir Mütter haben schon einen 40-Stunden-Job, in dem wir uns nur um Kinder und Haushalt kümmern. Und so viele von uns gehen zusätzlich auch noch arbeiten in Halbtagsstellen oder sogar in Volltagsstellen. Und dann arbeiten wir 60 bis 80 Stunden pro Woche. Und unsere Arbeitszeit beginnt morgens um 6 und endet abends um 20 Uhr. Das ist schon, wenn man das einfach so logisch betrachtet, zu viel und unmenschlich. Aber so ist unsere Gesellschaft nun mal leider aufgebaut. Herzlich Willkommen im Patriarchat. Und so, das sind also unsere Lebensbedingungen, die man da schon prinzipiell ändern kann. Also auch da könnte man anstreben, eine 50-50-Partnerschaft zum Beispiel einzugehen. Dass die Kinderbetreuung der Haushalt, dass es alles 50-50 aufgeteilt wird. So als Beispiel. Ist in meinem Fall zum Beispiel nicht möglich, weil ich alleinerziehend bin und keinen Partner habe, mit dem ich das 50-50 aufteilen kann. Deswegen hier jetzt meine Tipps, wie man alles besser unter einen Hut bekommt. Ich finde ja, Organisation ist das A und O. Alles aufschreiben. Alles. Und damit meine ich nicht nur den Zahnarzttermin. Sondern ich meine, das Geld für die Schule, was mitgegeben werden muss. Der Geburtstag von XYZ und das dazugehörige Geschenk. Und dass ich das noch zu besorgen habe. Da kann es so Lauflisten geben. Das können Post-its sein. Das können, wie auch immer ihr das machen wollt. Das kann so ein großer Familienplaner sein, in dem alles. Alles, Leute, alles. Wann ihr tanken müsst. Wirklich. Bei mir steht drin, dass ich morgen tanken fahren muss. Das steht in meinem Kalender. Wann der Arzttermin ist, dass ihr doch nochmal eine neue Überweisung holen müsst, weil die andere falsch geschrieben ist. Ihr müsst alles. Alles aufschreiben. Wie gesagt, so ein langer Familienkalender. So ein Tagesplaner. Ich habe auch seit Jahren wirklich so ein Kalender als Buch, wo ein Tag eine Seite umfasst. Weil ich diesen Platz einfach brauche. Schreibt alles auf. Und da wird auch aufgeschrieben, Yoga, Meditation, Spazierengehen, Sport. Was auch immer ihr an Dingen für euch tun wollt. Das wird genauso aufgeschrieben wie der Zahnarzttermin. Sonst vergessen wir das. Das ist völlig natürlich. Also jedes Fitzelchen fangt frühzeitig mit Dingen an. Wir haben jetzt September. Ich habe nach Adventskalendern gegoogelt. Aber es bewahrt euch davor, dann kurz vor nackig dazustehen und in Stress zu verfallen, weil ihr nicht an die Adventskalender gedacht habt. Ich habe auch schon erste Weihnachtsgeschenke gekauft. Aufschreiben. Alles. Meine Notizen-App in meinem Handy ist mein wichtigstes Gadget. Mir fällt was ein, ich schreibe das in die Notizen-App, um das dann in einen Kalender oder wo auch immer das hin muss, übertragen zu können. Auch Erinnerungssysteme für den Rest der Familie. Also in meinem Fall sind es meine Kinder, die... Mein Sohn hat zum Beispiel auch eine Laufliste, was so jeden Tag zu erledigen ist. Das fängt beim Liedlernen an. Ich kann nicht, ich kann das Lied nicht lernen und ich kann auch nicht fünfmal am Tag daran erinnern. Die Kinder wissen Liedlernen. Die Kinder wissen, ich muss die Treppe noch fegen. So Sachen. Ah, immer freitags wird das Kinderzimmer aufgeräumt. Systeme schaffen, die es euch auch im Alltag erleichtern. Thema Kinderzimmer. Meine Tochter ist wahnsinnig unordentlich. Wahnsinnig unordentlich. Wir haben jetzt eingeführt, es gibt eine große Kiste. Die steht vorne in ihrem Zimmer. Wenn man zur Tür reinkommt, steht diese große Kiste. Dort wird unter der Woche alles abgeladen, was sich so angesammelt hat. Also sie hat sich ein Buch aus dem Regal genommen und die würde dieses Buch nie wieder zurücklegen. Also kommt dieses Buch erstmal in die Kiste. Und am Freitag nimmt sie dann diese Kiste und räumt das alles dahin, wo das hingehört. Weil es hat natürlich alles seinen Platz. Alles hat System. Habe ich ja geschaffen. Also so überlegt. Okay, das ist meine Baustelle. Wie kann ich das verändern? Wie kann ich das besser machen? Wie kann ich die Menschen, die mit mir zusammenleben, mehr in die Verantwortung ziehen? Was kann ich auch abgeben? Schaut wirklich, was könnt ihr abgeben? Was muss einfach nicht sein? Ich mache zum Beispiel nie diese Elternsprechergeschichten. Ich würde gerne. Es macht bestimmt Spaß, aber ich habe keine Kapazitäten dafür. Punkt. Kuchenbasar in der Schule. Ey, wenn du die Kapazität hast, diesen Kuchen nicht zu backen, back diesen Kuchen nicht. Wir machen das ja ganz oft aus diesen, was sollen sonst die anderen Eltern denken und ich mache das doch für meine Kinder. Ja. Aber du hast auch noch ein Leben. Und wir wollen möglichst mental und körperlich gesund bleiben. Und das funktioniert manchmal nur, indem wir zum Kuchenbasar keinen Kuchen backen. Also, delegiere Sachen. Und wenn du sagst, Oma, hast du Zeit, den Kuchen zu backen? Delegiere Sachen oder mach Dinge einfach nicht. Meld dich einfach nicht freiwillig. Und ich habe da mittlerweile kein Kuchen. Ich sage, ich habe die Kapazität nicht und dann ist es Punkt. Das ist mein Leben. Es ist völlig egal, was andere darüber denken. Dass ich irgendwas nicht tue, ist nur wichtig, dass, was ich darüber denke und dass ich gesund und mental fit dabei bleibe. Ähm, auch den Leistungsdruck natürlich rausnehmen, den Perfektionismus rausnehmen. Es muss nicht immer alles super ordentlich sein. Es muss nicht immer alles perfekt sein. Es muss nicht immer sein, es muss gemacht sein. Aber es muss nicht perfekt sein. Es muss kein Leistungsdruck dahinter stehen. Das ist natürlich was, mit dem unsere Generation viel aufgezogen wurde, weil auch schon die Generation vor uns damit aufgezogen wurde. Mit diesem extremen Leistungsdruck und, ähm, Liebe im Austausch gegen Leistung. Also du hast was geleistet, dann wirst du gelobt und solche Dinge. Das steckt natürlich noch in uns. Deswegen haben wir Mütter auch dieses, dass wir alles selber machen und viel machen und hier noch einen Kuchen. Und ja, ich mache noch den Elternrat, weil in uns dieses Muster ist von Leistung erbringen und viel machen und viel leisten, weil wir dann Anerkennung vermeintlich bekommen und Liebe bekommen und Wertschätzung bekommen. Die Rechnung geht nur meistens nicht auf. Lasst es einfach sein. Guckt selber, wie ihr euch Liebe, Wertschätzung und Anerkennung schenken könnt. Erkennt euch an für die täglichen Aufgaben, die ihr macht. Es hilft mal wahnsinnig, eine Liste zu schreiben, was du heute alles gemacht hast. Wie oft sitze ich mittags da und denke mir, pfff, also gar nichts geschafft. Und dann gehe ich gedanklich durch, wie ich den Geschirrspüler ausgeräumt habe, wie ich zwei Maschinenwäsche gewaschen habe, wie ich einkaufen war, wie ich überhaupt die Kinder morgens fertig bekommen habe für die Schule, wie ich mich selber repräsentabel fertig bekommen habe, wie ich es geschafft habe, dass wir alle was essen. Das sind so die Grundbedürfnisse. Dafür können wir uns wertschätzen und anerkennen. Und wir sollten das auf einer möglichst täglichen Basis tun, wenn nicht täglich, dann doch regelmäßig zu sehen, was wir wirklich jeden Tag leisten, was für Maschinen wir sind, wie krass wir sind. Niemand ist so krass wie Mütter. Niemand. Wir sind wirklich mega. Seht das. Erkennt euch für das selber an. Wertschätzt euch selber dafür. Ich habe mit einer Freundin eine Routine. Wir telefonieren immer am Ende eines Monats oder am Anfang des nächsten Monats und reflektieren den vorangegangenen Monat. Das heißt, wir treffen uns am, sag ich mal, letzten Tag im September und reflektieren unseren September zusammen. Und da kommen eben auch Punkte rein, wofür können wir uns anerkennen, wofür können wir uns wertschätzen. Das ist so wichtig, das selber zu tun, weil wir dann mit diesem Muster brechen, dass wir ganz viele Aufgaben übernehmen, um das von außen zu bekommen. Das ist Schwastrin, das funktioniert nicht. Das ist wirklich ein toxisches Muster. Und dann war ja noch die Frage mit dem Gelassenbleiben. Also, um das mal realitätsnah zu machen, ich bin auch nicht immer gelassen. Nein, spätestens wenn es um Hausaufgaben geht, bin ich nicht mehr gelassen. Aber ich tue viel dafür, um gelassen zu bleiben. Das funktioniert nicht immer. Aber im Vergleich zu früher bin ich die Gelassenheit in Person. Im Vergleich zu früher bin ich sowas von tiefenentspannt. Und das habe ich tatsächlich geschafft. Und ich kann mich nur immer wieder wiederholen, indem ich täglich meditiere. Leute, es ist einfach so. Ihr fahrt einfach komplett alles runter. Yoga hat sicherlich auch seinen Anteil daran. Auch diese innere Arbeit auf ganz vielen Ebenen hat auch alles einen Anteil daran. Das war meine Tür. Aber Meditation ist immer noch so the key. Wirklich. Und du fährst dein komplettes Nervensystem einfach runter. Und bist von Grund auf gelassener. Wenn wir überlegen, früher war meine Durchschnittsgelassenheit vielleicht hier. Sondern ist man viel, viel schneller hier oben. Wenn heute meine Durchschnittsgelassenheit hier ist, komme ich ja nicht. Also da muss schon viel passieren. Versteht ihr? Also deswegen, zum Thema Gelassenheit ist ganz wichtig, dass ihr euch Zeit für euch nehmt. Was ich jedes Mal sage. Euch Zeit für euch nehmt, um Dinge zu tun, die euch nähren. Die euch Freude machen. Die euch persönlich einfach weiterbringen. Die den Stress reduzieren. Die euch entspannen lassen. Es können ganz unterschiedliche Dinge sein. Eine Freundin von mir, die strickt ungemein gern. Es muss nicht Meditation sein. Aber irgend so etwas, was euch Freude macht, Zeit für euch, was euch entspannt, was Stress reduziert, ist da so wahnsinnig wichtig. Weil auch damit steigern wir natürlich unsere Konzentrationsfähigkeit, unsere Leistungsfähigkeit. Dann schaffen wir es wiederum mehr, alles besser unter einen Hut zu bekommen. Das funktioniert nur, wenn wir gut auf uns selber achten. Wenn wir Zeit in uns investieren. Wenn wir gut für uns sorgen. Solltest du noch weitere Fragen zu dem Thema haben oder sagen, das hört sich alles wunderbar an, aber... Und dann hast du so eine große Blockade oder Hindernis in deinem Kopf. Schreib die mal gerne unten hin. Und ich gucke mir, was mir mal da so zu einfällt. Du, wie gesagt, Fragen oder auch anderweitige Tipps hast. Vielleicht hast du noch Organisationstipps oder was auch immer. Schreib die unglaublich gerne in die Kommentare. Auch sonstige Kommentare zum Inhalt dieses Videos sehr gerne. Das hilft mir nämlich hier mit dem Algorithmus sehr weiter. Gib mir auch gerne einen Daumen hoch. Abonnier den Kanal, wenn du es noch nicht getan hast. Und teile mein Video gerne mit anderen Müttern, Frauen, Menschen, die gerne besser alles unter einen Hut bekommen wollen. Und gelassener sein wollen. Und dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.